so kalt 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 kru so ein bisschen rumschwimmen Riri ach sie ist das sie ist es richtig süßes na stimmt seit ihm ein bisschen da kann man schnarcheln äh schnarcheln auch schnarcheln wir einfach mal äh schnarcheln ah jetzt ah mit tauchausrüstung natürlich jetzt schnarchelt sie erst einmal so an der oberfläche aber das bringt hier im pool irgendwie ein bisschen wenig und was war das gerade vorher für eine anzeige ah ja erst fertig mit der arbeit elena williams ist schwimmen gegangen der augenblick wenn man ins wasser eintaucht bleibt einem immer in erinnerung erinnerung ja das kann ich verstehen die tun ja gerade so als wenn sie wirklich zum ersten mal schwimmen gegangen wären eigentlich fähigkeit tauchen lernen ja das will ich auf jeden fall mit elena machen dass wir auf jeden fall tauchen gehen weil es gibt ja da draußen im offenen meer im tiefen offenen meer da gibt es mehrere tauch tauchte wo man tauchen kann nicht nur eine ich habe nämlich auch da noch eine gesehen siehst du seht ihr und da habe ich auch noch eine gesehen also es gibt glaube ich drei tauchorte und die möchte ich dann auch erkunden und dass man dann auch tauchen können generell auch und das wird dann ziemlich geil also ich hoffe dass wir das dann halt eben bald können aber die frage ist auch wie lernt man eigentlich tauchen kann ich da wieder unter die hinweise vielleicht nachschauen und da t t t t t t wo ist ja t t wie tauchen t wie tauchen tauchbrunnen nee das ist nicht tauch tauchen teilzeit shops temperatur traumhülle traumkarrieren trittschalter das ist ein trittschalter ach so tiftelei ok das ist da irgendwie nicht dabei vielleicht unter fähigkeit tauchen fähigkeiten verfolgen nee ja kann ich gerade irgendwie nicht mann wenn man mal einen hinweis braucht nachher wird sich angezeigt aber die allen anderen die man eigentlich fast lieb braucht die werden immer angezeigt komisch und wer ist das da solomon nein der solomon der solomon aus gta ist mir gerade nur jetzt gerade so eingefallen ja die frage ist wirklich wie wie lernt man eigentlich tauchen denn sie möchte etwas neues lernen um seinen horizont zu erweitern lass deinen sim einen interessanten kurs in der stadt besuchen damit er vielleicht eine neue fähigkeit erlernen kann ja aber wie aber wie aber wie wie nur jetzt kommt dieser solomon herein nicht dein ernst oh mein mann schnell weg oh gott aber es macht das schon irgendwie gut ich glaube wir lernen bereits eigentlich schon tauchen oder diese anzeige hier ist das nicht eigentlich schon dass wir da irgendwie schon so tauchen lernen ich glaube ja ich glaube schon ich weiß es nicht gerade ich weiß es nicht genau aber ich glaube schon dass wir da irgendwie tauchen lernen weil schnorcheln hat doch auch irgendwas oder wie heißt das nochmal schnorcheln das hat doch auch irgendwas mit tauchen zum tun glaube ich naja alter der beobachtet sie immer so pervers äh da kannst du bitte nicht auf sich starren ich glaube der ist eher mehr gay der ist schwul deswegen traut er sich ja nicht bei einer frau da irgendwie zu sein deswegen bewegt er sich ja auch gar nicht ich glaube dieser sim ist eingefroren oder so irgendwas ach ja es will sich abkühlen ja tut sie ja gerade manchmal ist es so heiß dass es äh dass ein sim sich wie ein gebratenes stück speck fühlt dein sim möchte schatten finden und sich abkühlen ach so da hilft also schwimmen gar nichts ah ja natürlich nass gespritzt werden von ihm nein bitte nicht wer weiß was da nass gespritzt wird das weiß man natürlich nicht was okay dann einfach raus aus dem pool okay abkühlen dann würde ich einfach mal sagen wir gehen einmal wieder nach hause mit ihr ach nee die ist jetzt braun geworden die hat sich gebräunt weil sie so lange in der sonne war ach mensch ist ein bisschen braun geworden ach das freut mich eigentlich sieht sie eigentlich damit eh noch viel besser aus ne war mit den schwarzen haaren und so eigentlich sieht sie jetzt echt gut aus damit mit der braunen haut sonnengebräunt es gibt ein mittelmaß und wenn elena sich bräunung aufsprühen lässt oder gerade lang genug aber nicht zu lang in der sonne bleibt wird sie mit einer haut belohnt die eine gesunde bräune aufweist von der sonne ach ist das schön das freut mich das ist echt voll cool jetzt ach hier gibt sogar wegweißer 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 sehr schön mit jemandem chatten will er schon wieder was hast du gegessen mhm Joghurt okay du wirst ja erst einmal aufräumen Junkchen aufräumen dann kannst du von mir aus ja fernsehen mach einfach mal ein fernsehen und sie verdorbenes essen ausräumen iiiiih uh ekelhaft okay das war echt eindeutig nicht mehr gut ja aber das bringst du auch gleich raus weil das stinkt elend wenn es ein verdorbenes essen ist dann gleich rausbringen bitte das ist ekelhaft boah die sieht jetzt echt voll gut aus mit dem ne oh mit dem braunen mit der braunen haut martin williams beginnt sich ein wenig krank zu fühlen oh er wird ja wohl hoffentlich nicht krank doch verkeimt scheiße er ist krank martin fühlt sich ein bisschen ansteckender als sonst es ist wahrscheinlich angebracht drinnen zu bleiben und sich warm zu halten die anderen sims wollen diese keime nicht okay müssen wir halt eben dafür sorgen dass er halt eben wieder gesund wird das heißt er muss sich halt also dann am nächsten tag krank melden gleich in der frühes machen wir dann auch ein objekt kaufen mc shuffler shuffleboard tisch kannst du das kannst du knicken elena kann mal für sie für die beiden mal einen herbstsalat zubereiten und ja ein bisschen vorspulen eigentlich setzt sich zu spannend hier gerade mhm paprika schneiden den grünen salat schneiden und äh what the fuck what the fuck ist das der unheil der unheil verkündende vollmond beginnt seinen geheimnisvollen aufstieg in den nachthimmel hihihi hihihi oh ich glaube das liegt an dem vollmond und was kommt denn jetzt hier wieder noch ein zeitportal hihihi nein es ist ein zombie hihihi scheiße oh mein Gott ein zombie hat uns jetzt gerade noch gefehlt Moment mal kurz für so für den hintergrund hihihi 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 ls 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 ist ja perfekt alter das ist einfach nur perfektes Hintergrundsbild musste ich einfach machen ach du scheiße gefällt die verhält sich aber gar nicht so gruselig aber sie schon grünen schon klar es netz am b sind zum b eine untote die untote Anidra Dächer so elena ist erst einmal herzlich die wissen ja eigentlich da noch eigentlich noch gar nicht mehr dass da ein zombie draußen ist aber normalerweise müsste man es ja doch sehen können gerade um die ecke eigentlich nicht wenn ich jetzt so rüber schauen geht dann dass sie sehen aber die macht gott sei dank nichts ich hoffe die macht nichts ah ja und du kannst jetzt dann eigentlich auch ein teller nehmen übrigens ne martin ja jammer nicht darum alter was machst du denn huch was ist denn jetzt hier alles so grünlich warum scheint denn hier alles alter jetzt scheint alles so hell boah das blendet boah alter das blendet voll was blendet denn hier alles alter hier blendet alles was jetzt auf einmal los ist das hier ein back oder so im spiel oder ach das liegt an dem vollmond der ist es der ist nämlich so hell deswegen scheint ja auch alles so hell runter so deswegen ach das haben sie extra so gemacht wie geil das dann hier extra so gruselig hier überall ausschaut und so richtig hell so grün nicht so boah jetzt kriege ich trotzdem selbst irgendwie angst und kriege gänsehaut muss mich gerade immer kratzen ganze zeit ich glaube die haben mich angesteckt hier mit dem vollmond das ist doch der perfekte augenblick um die aufnahme zu beenden alter ja aber ich werde jetzt dann wirklich die aufnahme beenden die werden jetzt dann schlafen gehen er kann die reste wegstellen und dann würde ich einfach mal sagen dann geht er mal pendeln geht er mal hierhin boah alter ist alles so hell aber wie kann wie können die möbel bitte so hell leuchten die haben doch ein dach drüber komisch naja wurde einfach so gemacht nein du spielst jetzt keine computerspiele elena du gehst jetzt nämlich auch pennen mit ihm so schlafen und auch sie wird jetzt dann auch schlafen ich hoffe dass die elena sich nicht anstecken wird vom martin das hoffen wir natürlich auch mal nicht das wollen wir striktlichst vermeiden aber naja dann mal gute nacht ihr tollen williams aber ein guter nachname habe ich wohl einen guten nachnamen gewählt ja ja ich weiß es schon man kennt ja die was war denn das jetzt schon wieder och ne jetzt ein neun zombie oh die ist richtig gruselig die ist noch gruseliger ist die das ist eigentlich noch viel besser und dann könnte man behaupten ja da die schlafen da jetzt gerade ganz gemütlich während das während zombie angreift als abschluss einfach mal für das letzte thumbnail ja auf jeden fall auf jeden fall was wollte ich jetzt gerade sagen ja wir wollen nicht dass elena sich ansteckt und ah ja genau die williams die kommen ja eigentlich von der last of us das habe ich gerade von der letzten aufnahme wo ich es dann beendet habe ist mir dann eingefallen irgendjemand heißt doch ganz bekanntlich williams und dann ja wegen dem spiel der last of us wer es halt eben kennt die heißen auch williams und ich finde irgendwie ist ein guter nachname ja und während dessen der zombie hier draußen rumschreit Hilfe ich will gar nicht mehr Hilfe das reicht jetzt ich werde jetzt einfach mal speichern und dann geht es in der nächsten aufnahme spannend weiter ja ob der zombie die beiden auffressen wird oder ob sie überleben werden das werden wir halt in der nächsten aufnahme hoffentlich erfahren und herausfinden hoffentlich nicht und ich hoffe auch dass elena wie gesagt nicht angesteckt wird von martin das hoffe ich halt eben sehr dann speichere ich jetzt dann einfach mal und sage vielen dank fürs zuschauen liebe zuschauer ja leute halt einfach und damit dann bis zur nächsten aufnahme ich hoffe es hat euch gefallen und ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.